so moin youtube und willkommen zurück zu einer weiteren folge zwischen zwei ja wir sind immer noch auf den weg unterwegs das heißt jetzt diesmal tatsächlich auch zu zweit wie man sieht das heißt der herr stark oder die frau stark in dem fall ist das sage auch dabei fleißig tanzen ich kann im blut das blut ja und ich würde sagen da liegt was dass du das nur und wie du erschießt also das würde ich hier nie machen nein ich soll nicht warte mal kurz ich bin ja wieder da muss er denn vorerst heute viel ist schon weg alter du erschießt kein hund nein das war ich ganz sicher nicht gut für uns habe ich hier oben auf dem schild ist auch einer den habe ich okay was ja und das ist das denn das war das sehr viel das ist ja das sind durchgeknallte durchgeknallte die springen sich vor die offene luft so soll es doch ruhig deine stadt bleiben trotzdem werden wir hier aufräumen ich habe dann muss gern hat man jetzt auf die akm um zu testen ja die ist ganz okay die hatte ich gerade eben aber ich bin eher der der maschinenpistonspieler oder oder lmg spieler dieses grüne zeug sieht auch nicht so toll aus das ist farbe nicht mal das was so gut ist so farbe sein ja dass die die hyenas die fraktion die hier vorher schafft hat die sind so ein bisschen ziemlich grün fixiert ja vor uns scheint was zu sein langsam ran ich weiß gerade da kommt das auf dich zu oder auch nicht so schweiß er macht mit hinterm bus scheint was zu sein schweiß er ist bewacht okay braucht man unbekannter gegner ist ein unbekannter gegner steht bei mir rechts von mir steht unbekannter gegner zu und rollbund federale triggale ok ach so ja da sind wir noch nicht das ist die nächste stadt das ist die stadt weiter warum stellt man sich eine puppe auf die straße weil die hier alle irre sind und schade kommen nicht kaputt schweißen ecco ich muss zurück an die arbeit danke für den film mani klar doch kommst du zum essen heute nicht ich treffe mich mit kumpels der national gerade die haben Angst dass wir wegen der quarantäne nach new york müssen ok es ist wirklich ernst das ist nichts erinnerst du dich an die schweinegrippe reine panikmacht wirst du schon sehen in ein paar monaten weiß niemand mehr was die dollar grippe überhaupt war wie bei y2k y2k also da ist es wirklich drauf dass man sich alt fühlt ich mach doch nur spaß aber ich weiß nicht das fühlt sich nicht so an als würde es einfach verschwinden die leute haben angst und du weißt was passiert die leute angst haben du musst dir zu viele sorgen du gehst mir deine holmonee her wir zwingen uns nicht hier weh zu tun vergiss es also hätte es das besser abgegeben alter mann Hilfe kann mir helfen ruf den notarzt wir brauchen Hilfe bitte bleib eingetieren ok äh ähm ja da würde ich jetzt gerne mich was zu sagen ne gerade dieses thema schweinegrippe na das ist jetzt wie mit Corona also Corona ist für mich tatsächlich persönlich jetzt äh Geldmacherei unterliegt was ja keine Ahnung also Corona ist für mich Panikmacherei und Geldmacherei ja das soll ja das sagen man sollte versuchen es sich nicht mit ihr zu verscherzen ok nicht zu verscherzen hm 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 alter leute ihr solltet echt mal die bremsen ölen und respekt ey wie schafft jetzt das eine lkw alleine fährt zu k ja irgendwie ne und das andere ist dann drücken hm 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 die man gezwungen wird hier stehen zu bleiben das ist schon kassel ist einfach gezogen ich habe dich hochlaufen sehen als würdest du gegen eine wand laufen so richtig muss da ist die blöde wir sammeln sachen ist wieder die kiste hier verkaufen die kommt weg ja hier ist noch was waffentraining war kippo wo sind sie jetzt sind sie ich stehe hier schon an der bar und krieg nicht mein drink schlimm diese leute ja tragbares gerät wo denn ja sie haben objekt in ihrem postfach schauen sie bei ihrem lager vorbei okay da steht um was das lagerst du hier ok hier pakete ein neuer einsatz oder liegt daran dass ich jetzt diese pakete angenommen habe okay schließen hast du mit der oben schon gequatscht ja danke wieso weil ich das jetzt nicht mehr habe doch doch ich wundere mich habe hier gerade die info gekriegt neue mission ja ich kann jetzt ich kann jetzt wieder runter laufen okay alles gleich aktiviert gar nicht so zumindest was die haupt story angeht wäre das ganz nette ja gut also war eigentlich nur das kälte also die eigentlich verantwortet ist das nicht da und der andere agent ist auch weiblich ihre tochter wieder haben das denke ich mir gerade noch wenn ich mit dem wochen zeigen naja das kommt man jetzt natürlich nicht an leute passiert halt sowas wo ja dann auch das kann man einfach nicht riechen für die zukunft wissen wir es nur ist hier noch irgendwas interessantes ich habe gerade mein schrott hier ein bisschen verkauft den ich nicht brauche vorher hier unnützten kram in den etap da bin ich ja gar kein fan von ok da kann man runter ja was hier und schnell ist und der 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 weg noch und das ist doch wenn ich auch gleich ok dann bin und warte oder ist oben noch etwas interessantes wo man für noch weiß ich nicht ist die frage ich habe ich auch nur einmal die treppe rauf und sonst nicht da die ein eck wo die person lag dann folge ich dir das stimmt wenn ich warte ist aber ich sage einfach mal dass sie recht hat gibt es hier eigentlich auch scharf schützengewehre ja natürlich das ist sehr schön haben wir jetzt keine lust damit zu springen so das ist mir gleich zu tun können als das hier eine müllheide geht man dir ist nicht sauber apokalypse und kann man doch trotzdem sauer elektronisches gerät erkannt ja wo denn bitte ja ja ach da wo sind sie gefangenen? ich habe sie genervt also hast du sie gehen lassen? nein, habe ich nicht du Idiot, wir wollten die eintauschen ach was und was wirst du diese sagen, wenn er fragt warum du sie getötet hast? ich habe sie nicht getötet, das waren die Runde welche Runde? hier hinten bei mir ist irgendwas ich weiß nicht was das ist sie sehen komisch aus wirst du denn ich kann zu dir und da wirst du stehen welche ja ich kann das noch einer das ist noch ein dritter du waren dritter uns ich weiß er macht das und ich moderiere mal eben in der zeit ab weil die folge schon wieder durch 15 minuten sind schon wieder um das ist ja nichts hier ja leute aber wie ihr schon mal gekriegt habe die 15 minuten zirka sind um ihr seht ja unser stark macht ihr schön weiter das ist auch vollkommen ich würde sagen aber dann bis zur nächsten folge leute ja haut rein das gerne abo da lasst gerne ein kommentar da lasst auch leichter und tschau tschau